hallo meine freunde der trampolin berge und willkommen zurück zur let's play super mario 3d world mit mir dem drachen burschen und an meiner unglaublichen rechten seite ist der nen 16 wunderbar dass wieder mit dabei ist und wir grüßen heute den markus und thomas grüße an euch habe ich richtig geraten ja richtig geraten richtig geraten nein wir haben hier in der liste stehen wo ihr genau seht wir machen jetzt erst mal das level oder ja machen wir erst mal die wolken disco 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 in der wolken disco wir drücken zufall denn wir wollen ja ein zufälliges tanzbar haben das hätte ich jetzt verpasst ich glaube ich hab ich hab so das gefühl dass man dann runterfällt ich weiß gar nicht wie du drauf kommst der drache jetzt gleich mal bewiesen ist hier super in dem level weil die das nämlich dann über oh ja oh ja wieso du hat er dir den gefallen getan du kannst hier gut aufpassen nach einem nach zwei takten wechselt es wenn du musikaffin bist dann kannst du es genau merken oder am blinken vielleicht ich kann auch mal hinterher leid ich bin multiple choice äh multiple choice multiple job tod ich bin ja ich aber ich bin ja nicht bei punk sonst wäre ich multiple choice boomerangs kapiert ja choice boomerangs aber die bleiben kurz da haben wenn sie schon da lassen grüner dann da ist eine grüne stelle da kommen ich nicht mehr drauf oh mein gott oh mein gott du kannst du hättest auch überfliegen können einfach mein ja nur der haut einfach ab nein oh mein gott der wirft einfach zwei mach ihn kaputt bevor er mich kaputt macht weil er eine drache dieser drache da ein bildes drachier piers adammt drachier piers die gibt es nur so so um der rei und aber alten mario das ist geil und aus der schicksen mario es sind hao ja wollen es gibt es auch multiple multiple aber die schade, dass es die so selten gibt, die Kirschen sind echt ziemlich cool nein, ich habe nicht nachgedacht und ich war schon dabei du bist zu schnell ich wollte bloß die Kirschen haben beide wieder ja andere Seite Doppel die Kirschen, doppel das hä, hatte ich nicht mal drei Tots dabei mehr Tots komm noch einmal mehr Tots und go ich muss ja theoretisch nur mit einem Tots schaffen, oder? ja ja gut, dann nehme ich die mit mehr Tots mehr Tots ich muss mich mal wieder zusammenbringen yeah, Tots Army okay, ein Tots hat es erwischt Schwein, sie haben Tots getötet ja ihr Schweine oh, ein Tots ist hängen geblieben, leider etwas ja so wollte es jetzt nicht werden oh, jetzt hast sie wegen dir ist er gestorben nein, aber es gibt ja ich habe ja noch zwei Tots oh du darfst auch meinetwegen mehr Tots haben echt? ja mehr Tots ich mache dir hier das Pau auf und dann nimmst du beide der ist auch so aus jetzt hast du schon wieder nur drei der ist eh so blau wie das Meer deswegen gibt es ja kein Problem mit mehr Tots passt das ja zum Meer okay jetzt sterben gleich zwei Tots gut, es waren mehr als zwei Tots die gestorben sind ja das war fun ja ja du kannst dir ja die Tots wiederholen da siehst du kannst mal probieren ja kann auch einfach sterben kannst auch einfach sterben das ist natürlich auch nix da brauchen wir vier ja, vier gewinnt ja, was bitter war, haben wir nicht ja, müssen wir wohl nochmal vorbei irgendwann warte, warte, warte ich will nicht ich will was sehen ach man jetzt zieht nur einer rüber, oder? Drachy, warum? Drachy, warum? weil ich es kann ah, der schiebt da hier mich einfach runter nein 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 schade über mich ich glaub wir ich glaub wir machen grad zu viele Parts das ist zehn am Stück ist dann noch ein bisschen sehr viel ah was, ah was topfeed alles geht alles noch gut ja, bloß wir machen immer mehr Scheiße ja, wir kriegen nichts mehr zusammen das wird zwar immer lustiger aber wir kriegen immer weniger zusammen das ist also eine Münze, ein Stern hat's wahrscheinlich da oben gegeben ja ne, der Stempel, der war's der Stempel der Stempel war's wir konnten uns oh mein Gott ich seh schon wieder nichts nicht? so doof ich hab den gerade mit seiner eigenen Waffe ausgeschaltet und jetzt gibt's Multiple müssen wir da oben rein müssen wir eigentlich da oben rein ich würd mal nach oben rein gehen da wird ein Stern sein ja gut, hoffen wir's mal oh duuuu kannst nicht warten kann ich auch nicht aber ich hab einen tollen Power schnell da bräuchten wir jetzt mehr Charaktere dann wäre das deutlich einfacher ach, die bringen auch alle Münzen ja, super top wuuu was hast du jetzt gemacht? wie hast du dich da rein katapultiert? ich hab alle beide erwischt während du in der Luft warst hab ich dich angesprungen ach so und jetzt Achtung bitte dann bin ich durch die Mitte durch ah ah wow LN16 muss aus Klo glaub ich ups falsche Seite gesprungen ach da musst du einfach rüberrutscht gehen aber ja ich bin immer gesprungen haaa kommst du mal her gleich da gibt es eine dinge die mich davon abhalten her zu kommen ok das wir haben alle grüne Sternenposten hä? ach so das gab dann da oben ein Stempel das war ein Stempel das war ein Stempel wo was den Stempel noch? ja wir machen hier 100% wir machen hier noch nicht wir wissen noch nicht genau ob wir 100% machen aber momentan sind wir dazu geneigt es zu machen danke ja jawoll jetzt soll ich wieder nicht sein ja jetzt soll ich wieder nicht sein ärgerlich ärgerlich ich bin 10 mal so viel Drache wie du nee du bist höchstens 10 mal so Münzig wie ich Münzig jawoll ja Münzig Klonen kann sich lohnen Klonen kann sich lohnen Klonen kann sich lohnen mit wieviel Klonen durchkommen ist schwer ja ich seh hier nicht Klonen Wars aha ja Peach gewinn hat immer Peach ist hier voll OP und so OP man Peach oh wer Power hat man ich weiß gar nicht aber da kriegt man auch einen goldenen obwohl wir den einen Stempel nicht haben ja das ist mehr wie das Level geht jetzt kann man einen Stempel ich weiß gar nicht ob wir in den ersten Level auch immer den Stempel eingesammelt haben ich glaube nicht oder da fehlt uns bestimmt ein paar Anfangslevel echt? glaub schon wir können ja am Ende der Folge mal nachschauen das machen wir mal offline wenn ihr nicht zuschaut weil das ist wirklich ich bin schon mal auf der anderen Seite kannst du dich rüber teleportieren? das wäre ziemlich cool ne mach dir auch mal Klonen sonst wenn es mehr als drei sind dann wird es irgendwann unübersichtlich beziehungsweise dann wird man auch selber öfters erwischt mach dir damit auch noch okay keine mit ist keine gut war so nicht geplant hat aber funktioniert hat funktioniert wenn man mehrere hat dann wird man automatisch konzentriert und ich kann weniger reden ist aber schlecht ja ich glaube erstmal mit meinen Tots gegen die Wand um sie wieder zu sammeln das ist ein bisschen wie bei ob sie beim jetzt ne ich hab doch keinen Tots erwischt ist ein bisschen wie bei Pikmin hier warte lass mich die holen dein Tots da ist noch ein Tots von dir auf der anderen Seite aus komm hol sie dir hol sie dir ein Tots kommt ja schon mit aah der wirft mich ab du musst nicht du musst nicht oah hast du das gesehen wow hast du die Tots die Rettungstots von dir gesehen wow war schon Hammer war schon Hammer wow du mal rein komm zurück scheiße komm lass mich die nehmen dann hab ich auch schon schöne Bescherung wolltest du doch hoffentlich sagen geh weg da ich wollte ich ich sehe es ein dass es sinnvoll ist wenn man mit mehr Leuten unterwegs ist ja ich muss meine Tots sammeln warten warten ganz ruhig gaaanz ruhig oh die drehen sich länger nein ein Tots ist zurückgeblieben da ist ja noch eins pass auf hoch 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 jawoll du kannst ja wir haben vier fast fast wir hätten auch das Ding unten noch holen können aber das wäre wieder mit Gefahr verbunden gewesen krass oiuiuiuiuiuiui Gott aber wir haben's geschafft mhm dum 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 do weiss gar nicht was die Leute gegen die Musik haben die ist ehig die mit der Krone stirbt auch noch. Ja wir haben eine Peach verloren, ihr Schweine. Nein, ich hab einen Tot verloren. Nein, er kommt ja mit. Er kommt ja mit. Peach und ihre Tot Army. Tot tot. Tot tot. Hurra. Jetzt bin ich auch klein. Okay, jetzt ist es zu much. Da oben müssen wir nicht mehr rein, gell? Nicht? Nein. Da war ja ein Stern drin. Oh Gott nein. Das holen sie alle auf einer Seite. Ja. Du warst am Top, oder? Komm runter. Nein. Nein, er ist schon weg. What the? War das close. Verdammt da. Meine war schon nie. Das war da noch ein Stern drin. Ein Stern war da. Ein Stern. Aber die Sterne hier waren ein bisschen leicht zu sehen irgendwie. Wir haben auch schon ein schwerer Versteck gehabt. Nein, wir stehen jetzt nicht alle. Du weißt, bleibt auch noch ganz kurz da. Jawoll. So wird das gemacht. Pro-Style. Jetzt ist die Peach auch gleich groß mit Tot. Ja. Mini Peach. Mini Peach. Wir haben jetzt eh noch ein Rätsellevel, glaub ich, gehabt oder so. Irgendwas hab ich gesehen. Echt? Ja, okay. Kirschen haben wir bekommen. Jetzt haben wir erstmal das geschafft hier. Schweiß von der Stirn. Nicht so schlimm wie das Netz-Level. Aber doch auch ziemlich anstrengend und sehr konzentrations... Fördernd. Nicht fördernd, sondern äh... Wie nennt man das, wenn... Arbeitsspeicher wird... Nutz. Nein. Ver... Nicht verbraucht. Arbeitsspeicher wird... Ja, so ähnlich. Ja, so ähnlich. Aaaaah. Wurscht. 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 Wurscht und Kass. Da haben wir's ja rausgefunden. Wurschtkass. 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 Leberkass. So. Woaaah. Gut. Das sagen wir nicht nein, wenn's da so viele Sternchen gibt. Raserei. Raserei im Rätselhaus. Aaaaah. Zufall. Nein. Oookay. Ja. War das nicht... Nicht erkunden. Nein. Nicht erkunden. Gleich rein da. Ähm. Das ist ein bisschen... Wir müssen da... Oh Gott. Wir müssen da in kurzer Zeit ganz schnell kurz... Äh... Noch nicht so toll, oder? Das war noch nix. Ja. Wir haben's geschafft. Wir haben den Stern... Ich hab den Stern gar nicht gesehen. Irgendwie reingeflogen. Keine Ahnung. Schneller. Schneller. Das geht schneller. Ja, ich weiß. Kann man insgesamt 10 von denen kriegen. Eieieieiei. Also kommen jetzt 10 solche Abschnitte. Aaaaah. Ups. Ja. Hängen bleiben solltest du nicht. Nein. Genau das solltest du ja nicht. Achso, ich dachte schon irgendeinem ist ein Stern drin, das wär jetzt mies gewesen. Aber das war zum Glück nicht der Fall. Ja. Okay. Aber im ersten Mal da was verdammt. Knapp. Du musst im Rhythmus laufen hier. Uhuhuhuhu. Oder Peach sein. Ja, oder Peach sein. Ich glaub eher zweiteres. So, weiter geht's. Nimm ich mit. Sechs noch. Ah, Action, Action, Action. Aber nicht, ich bin tot immer noch, gell? Ja. Jetzt hörst du mal auf immer Peach zu sein. Das ist nicht mehr gerecht. Ich sterb die ganze Zeit. Oh, wir haben noch 0 Leben. Oh. Ja, dann pass mal auf hier. Ja, ich pass ja auf. Kannst mir ja hinterher fliegen bei solchen da rum. Pass auf da. Ja, schnell. Schnell. Schnell müssen wir sein. Das ist anstrengend, gell? Da muss man richtig konzentriert sein. Noch 4. Oh. Bist zu schnell. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Die kann ja doch reden. Ja. Zu viele. Viel zu viele. Zu viele. Zu viele. Da liegt sie, die Krone. Oh. Du bist alleine. Oh nein. Oh nein. Ich bin hier unter Druck gesetzt. Nein. Oh nein. Ich spring rü- Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nicht zu weit laufen. Noch ein Stern. Noch ein Stern, den du allein machst. Alter, das ist ja Selbstmord hier. Alter, nein, Mann. Oh. Oh ja. Tod is the man, man. Wenn es darauf ankommt, dann geht es bei mir auch manchmal. Das war definitiv keine Rätsel. Nee. Das war Rätsel. Leo sagt YOLO. Ah ja. Nein, das ist ... nein. Du bist bis jetzt das gute Level. Es war ein Rätsel, wie ich da so gut durchgekommen bin. Allerdings. Allerdings. es ist nicht dass da wohl bei der Kanone der Wuppen schon eng das war es einmal schon und mehr er hatte da dann in der Länder gedacht jetzt ist vorbei aber alle und und jawohl wir haben 100 wir haben uns sehr und zwei drei Prozent wir haben ja damit eine Sterne 5 Leben dazu werden in 0 das war das mal richtig erfolgreich wird Barber Barber Da oben habe ich noch was von Toad gesehen und ich will auch noch mal sehen, ob da jetzt mittlerweile irgendwas aufgetaucht ist. Was aufgeploppt ist. Wir gehen noch mal zu. Willst du nichts posten? Nein, ich will nichts posten. Bist du kein Postman? Nein, ich möchte nicht postieren. Bist du kein Postman? Nein, ich bin nicht der Bliefträger. Echt nicht? Du bist kein Postman? Nein. Muss ich dich leider enttäuschen. Awww. Okay. Ja, ich kann mich sowieso nicht bewegen. Also. Das ist bitter, gell? Ja. Ich habe die Macht. Ich freue mich immer noch, was man mit dieser komischen Röhre da oben machen kann. Da kann man sehen, wo man hin will. Oh, eine Slotmaschine. Eine Slotmaschine. Du darfst. Ich leg den Controller weg. Ich will den Controller weg. Ich will gar nicht. Ich will aber gar nicht. Doch. Du willst. Du willst. Mir aber nur so schlecht. Haha. Du willst. Jawoll. Das hat so zur Musik gepasst. Jetzt passt es nicht mehr zur Musik. Ja, leider. Tt. 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 Ah, eins zu früh. Tt. Das Rad dreht sich SLIGHTLY schneller als die Musik. Ja, leider. Sonst wäre alles klar gewesen. So ist das natürlich etwas... AHHHHH!!! Etwas verzwickt die Lage. AHHH!!! Guckerm Na auf die Zeit!!! Guck mal auf die Zeit. Ja, ich guck gleich. Oh, man kann hier sogar schnell rennen. Fällt mir gerade auf. Was hat du uns zu sagen? Nicht mehr viel. Gina. Gina. Die wilde Gina. So, äh. Gina, Gina. Da geht's auch noch. Ja, ich wollte wissen, wo es ins Rohr reingeht. Uuuuh. Ist das ein Fragezeichen-Level? Ach, das ist bloß... Jetzt macht er noch eins. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt macht er noch eins mit den Feuerbrüdern. Das versteckt der Feuerbrüder. Das erste versteckt der Feuerbrüder. Ah. 90 Sekunden. Aber da gibt es einen Stern immerhin. Meinst du? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Meinst du? Stand auch draußen dran, aber... Ja, ja, ich weiß. Wenn du es jetzt so sagst, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Nein? Wirklich? Nein, nein, nein. Nicht so ganz sicher. Wer hat die meisten Punkte? Einfach. 13 Sekunden beim ersten Mal, das. Da war Mario aber schon mal anspruchsvoller. Das kann man jetzt auch zweideutig sehen. Hahaha. Uuuuh. Uuuuh. Ich sag's nur, man kann nicht, man muss. Uuuuh. Uuuuh. Hundertdrei Sterne. Ja. Hätt' ihr nicht gedacht, dass wir noch einen Stern kriegen? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ja, die Sternmager sind dann... Und was ist das? Ist das ein Tott? Ich weiß es nicht. Kann man... Ist das Tott? Tott ist hinterher? Das ist ein... Ne, das ist einfach nur ein Tott, glaube ich, oder? Meinst du? Ist doch kein Tott. Deutlich, da gibt's keine Sterne dafür. Das muss Tott sein. Das ist ein Schmetterling. Es ist ein Stempel. Oh, das ist ein Stempel. Was ist denn für ein Stempel? Was ist denn für ein Stempel? Der allseits beliebte Bösefee. Dicke Feenstempel. Es ist nicht dick, die ist bloß aufgeblasen. Klar. Die hat hinten so eine Öffnung, da pustet man Luft rein, da ist die aufgeblasene Fee, oder was? Zum einen gibt's im Deutschen die Redewendung, niemand ist aufgeblasen. Ja, das ist mir bewusst. Zum anderen ist es im Anime, pusten sie sich auch immer die Backen auf, wenn sie wütend sind. Achso, ja. Na gut, ich hoffe, ihr pustet euch jetzt nicht die Backen auf, weil der Part zu Ende ist. Sondern freut euch einfach, dass es bald wieder einen neuen geben wird. Ja, genau, richtig. Die Überleitung war doch schön, oder? Die war schön, ja. Schön. Habe ich auch so genau so gedacht. Ja, das freut mich. Dass du es genau so machst. Wunderbar. Weil ich kenn dich ja so gut. Ja, ich hoff's doch, ich hoff's doch. Na gut, also... Wie heißt du noch mal? Dr. Achenbursche. Hundebaby? Achso, Drachenbursche. Ja, genau. Ohne Baby. Drachenbaby, wenn der Maul. Aber du kannst mich Baby nennen, das ist voll okay. Okay, Baby. Wir machen Schluss. Äh, tschüss. Bis zum nächsten Mal.